ja hallo und herzlich willkommen schön dass ihr wieder da seid hier bei 7 days to die in der alpha 15 zusammen mit dem steve mit dem vogel hallo und mit den smoky snake ja ich habe auch gerade in meinem rücken ist irgendwas passiert aber man sieht nichts doch das war schon die darfst du gehen nehmen so bin ich hast ja auch erschossen ich muss auch noch ein paar pfeile machen soviel habe ich gar nicht was fehlt denn federn habe ich genug steine brauchen wir müssen riesengelten ja hier sind ganz viele aber leider keine steine die noch eisen mitgeben ressource steine nur normale felsen auch davor und davor weiter da die kleinen schöner laden zwei mittlerweile kannst du ja auch die axt selber zu legen ja bei dem preis wobei die axt geht noch aber und was wir gemerkt haben wenn du die eisenachs nachher ins feuer schmerz hat durch max herausgefunden ist genau das wieder was du investierter nach eisen zu müssen recht so nicht zerlegen sondern wirklich so reinschmeißen 20 wieder was auf jeden fall ich bin voll wo bist du erstmal nicht zu viel feile weil wir nachher bestimmt die eisenpfeile ich gehe mal ein bisschen gucken trinke brauchen unbedingt ja ich habe ein leeres glas ich kann ja trinken dann habe ich zwei ich habe noch eine jura wo ich lasse das was hast du ja genau jetzt in der stadt und haben aber daneben hat vogel schon mal angefangen grundsätzlich träge wie gedrängt gemein doch das impuls deswegen weil nur nur eine ein klein glas habe ich mir das gibt mir das schon mal mit wer ist denn die dame schon der vogel ich habe mal hier das fleisch reiht ja ich habe ja jetzt kann ja so das ist vielleicht auch wir kriegen die vor schon hin guck mal rein ich habe ich habe da jetzt auch noch zusätzlich wieder reingepackt und ich habe das gräser ausgenommen fünf haben wir schon immerhin was ich habe auch noch zwei man macht schon mal feuer und eine fordscher kriegt ein grill habe ich gefunden ach so weil vielleicht finde ich ja noch einen topf ist gleich ob er ideal ich gehe mal ein bisschen hier looten aus Halo ich habe es geht ich bin es geht ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Dann das Eisen. 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 Dann das. Dann das. Dann das. Dann das. Ich habe gerade eine Kerze gehabt. Oh, Schmiede. Ah, ein Stein und Laem. Schmiede. 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 Hier ist aber ein Loch in der Mitte. Wer hat ein Loch in der Mitte? Was? Habe ich? 2 Brüste Habt ihr einen Wunsch, wo die Forge gleich hin soll? Ich bin nix wohl, Eck. Scheißegal Jawohl Wie weit bin ich noch entfernt? Kann das mal schlafen? Äh, 800 Meter Ich dachte, tötet schon mal ein Tier und das zog und zog sich Ja, denke ich mir auch die ganze Zeit, aber kaum ist das eine Tod, dann kommen das schon wieder zwei neue Rehe Ja Also Mais hatte ja Steve geholt, ne? Ich habe auch Mais ein bisschen, also von daher alles Jupp Ja, dann sammle ich den noch hin Weil ich habe eigentlich auch gar keinen Platz Ich habe manche nicht vorbeigelegt gehabt So, wie Forge steht, ähm Sieht's aus mit Wasser? Geh ich jetzt holen, weil ich wollte erst das Bett eben setzen Ich glaube schmutzig ist es noch drin, aber der Eimer fehlte Äh, der Topf fehlte noch Ja Dann könntet ihr was kochen, sobald der Topf da ist Ich glaube Max hatte den, ne? Der ist ja gleich da Ich geh mal eben gucken, wo ich den mit Pool finde Ich glaube da vorne wie es der andere hat Force Ich gehe ein Das war's für heute. Ja, hab ich irgendwas zu nehmen, ne? Ich geh erstmal zurück. Ah, schwarzer Kunde, äh, ja, ja, ja. Ne. Aber ich hab erstmal ein paar Zombies gefunden. Die wollen nicht. Max, wie weit bist du noch weg? Kann ich dir nicht sagen. Ah, ich schau mal. Ja, 100 Meter. Ja, ich schau mal. 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 Ja. Ja, ich schau mal. Ja. Ja, ich schau mal. Ja, ich schau mal. mal zum wasser her und der stelle wird die vor jetzt auch schlafende zonbis habe ich gehört ja den habe ich glaube ich auch gesundheit ich glaube den habe ich nicht gerade hier gefunden so ein schlafenden zombie ich 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 so wasser habe ich der weiß dass er von freunden umgeben ist der topf ist noch nicht drin so 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 schlägt mich hier wasser wasser ja könnte ich jetzt erst machen sie gerade ist reingetan ja 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 ich durch die fünf töpfe kann ich nicht kochen weil kein da war das rein holst ja wasser ist nicht drin jetzt ist drin so so Komm her. Komm her. Reicht? Das passt. So. Das kann ich mir glaub... Ah, dann hab ich... Bitte? Zwei davon. Mal Holz rumgehen. Mal ein paar Bäume in der Nähe pflanzen. Am besten die Nadelbäume wachsen am schnellsten. So. Oh. Lass dich mal. Okay, in dem Haus ist du jetzt auch noch Wasser, ne? Oh. 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 Oh, okay. Oh. Oh, okay. Oh. 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 Was ist das? Bewebund Copy Okay, geht auch mal ran Bitte? Was ist das? Ich bin unterwegs zu euch und mit 8 mal Wasser Oh Ja, das andere ist auch durchgelaufen Wer will den Bohr haben? Qualität? Ich Oh, schrei Oh, da hätte ich jetzt auch nicht mehr gesagt Ähm, ja, nämlich Das macht das mit Amboss Kriegen wir schon, ja Dann können wir nämlich Eisenspitze machen gleich Moment Linke Kiste Ja, linke Ja, ich hatte noch eine extra nie gebaut für euch Für euch beide, müsst ihr beide reingucken Die linke dann So Wenn der Amboss fertig ist, müssen wir ein paar Pfeilspitze machen Warum? Ja, Eisenspitze ist besser als die Stein Zu teuer Ne, die kostet nur 2 Eisen Zu teuer, für den Bogen ist die nicht zu teuer Ja, ich mach trotzdem Eisenspitzen Ja, das war natürlich das ganze Eisen Oder Steine reichen Wenn du den Arm musst hast Da kannst du nichts nehmen Das ist kein Ding Ne, also die sind besser mit Eisen Auch bei der Wenn du den Boden Wenn du den Boden Halt Und das so Ehh... Das war's mal für den... ...drei ich's mal, für den... ...und dann... ...die bitte? ...bam! Da schießt du die Arm-die-Nage-Pistole... ...neeeh... ...neeeh... Wo bist du jetzt? Hat auch ein schönes Dach gebaut. Das ist ein schönes Dach. Das ist ein schönes Dach. Das ist ein schönes Dach. Das heißt, dass wenn man so ein Herz unten hat, mit so einem Pfeil durch... Dass du verletzt bist, musst du die am besten Bandage benutzen. Unbedingt eine Bandage benutzen. Weil du stirbst sonst. Okay, der Weg ist nicht weit aus dem Schlafsack, aber... Das ist ein schönes Dach. 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 Hm? Hm? Hmm? ... ... ... ... ... Was ist das? Was? Machst'n Eingang nach oben. Was? Ich meine den Vogel, ob er den Eingang nach oben macht. Nee. Ja, wenn's euch gefallen hat, lasst'n Down da. Das war der erste Tag. Und wie uns in der Nacht ergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.